Das Eurohotel Diagonal Portex Rafael Hoteles liegt in Barcelona in Katalonien. Das Eurohotel Diagonal Portex Rafael Hoteles ist beliebt unter den Gästen. 80% empfehlen das Hotel. Weiter, 182 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,4 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Service. Das Hotel bietet eine gute Servicequalität und wird in diesem Punkt mit 4,8 von 6 Sonnen bewertet. Zimmer. Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,5 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Das Hotel befindet sich in einer guten Lage. Dabei können die Einkaufsmöglichkeiten, Strandnäheil, Verkehrsanbindung und Ausgehmöglichkeiten eine Rolle spielen. Durchschnittlich werden 4,5 von 6 Sonnen für den Standort des Hotels vergeben. Hotel allgemein. Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 4,4 von 6 Sonnen. Gastronomie. Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,2 von 6 Sonnen als gut bewertet. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Bei dem Unterhaltungs- und Sportprogramm konnte das Hotel die Gäste nicht überzeugen. Es erhält nur 2 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.